So, und dann ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video geht es mal wieder um Gold. Und zwar geht es um eine interessante Entwicklung mit der Nachfrage nach Gold im letzten Jahr, in 2021. Also eine sehr aktuelle Geschichte. Da habe ich neulich jemand darauf hingewiesen und da habe ich wirklich auch gedacht, wow, das ist interessant. Könnte irgendwo ein Problem darstellen, definitiv. Könnte aber auch eigentlich eine ganz gute Sache für Gold sein. Sehen wir uns heute mal alles an. Ist wirklich eine sehr interessante Entwicklung. Weiß auch nicht, ob es die letzten Jahre überhaupt schon so der Fall war, aber im letzten Jahr war es das auf jeden Fall. Und ich denke mal, es wird viele von euch interessieren. Gut, bevor wir damit auch gleich anfangen, gucken wir uns schnell nochmal an, was ich heute mitgebracht habe. Und natürlich die Gold- und Silberpreise. Ja, fangen wir mal an mit diesem schönen 250 Gramm Silber-Umicor. Großbarren, wirklich ein sehr, sehr schöner Barren. Barren mit ein bisschen Sammleraufschlag mittlerweile, weil das ist schon ein relativ alter Barren. Und ich glaube, der wird auch so nicht mehr produziert. Die 250 Gramm Barren sind ja sowieso normalerweise mittlerweile Prägebarren. Aber nichtdestotrotz kann man die schon auch noch günstig bekommen. Kommt natürlich immer darauf an, ob man sie mit oder ohne Mehrwertsteuer bekommt. Ja, ich habe den ohne bekommen, aber muss man halt sehen. So, weiter geht's mit dieser eigentlich schönen Münze. Und zwar ist es ein Completa-Coin von der Queen's Beast-Serie aus dem Jahre 2021. Wirklich eine schöne Münze. Problem an der ist halt, dass die meisten von denen direkt aus der Royal Mint mit einem ganzen Haufen Milchflecken und anderen Beschädigungen kamen. Das darf natürlich nicht sein. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist eine Münze, die ich nicht nochmal kaufen würde. Ich habe sie natürlich hier für den Kanal, ja. Aber ansonsten hätte ich sie vermutlich nicht gekauft, weil es war mir von vorherherein klar, dass diese Münzen mit Beschädigungen kommen. Und natürlich war es auch so. Das sieht man jetzt hier nicht so ganz so gut, weil am Rand die Milchflecken sind. Und manchmal sieht man die auch an bestimmten Lichtumständen einfach nicht. Aber es ist definitiv, die Münze ist komplett voll davon. Ich habe noch eine, die ist noch schlimmer. So, weiter geht's mit etwas, was zum Glück Milchfleckenresistent ist. Und zwar ist das ein 1 Pfund Full Sovereign aus dem Jahre 1965. Schöne Münze, schöne Goldmünze, gut als Anlagemünze geeignet, wenn man sie günstig bekommt. Natürlich, das kommt immer auf den Preis an. Ähnlich auch bei dieser Münze hier im Jahr 20 Mark Kaiserreichs Münze aus dem Jahre 1901. Schöne Münzen, aber wie gesagt, muss man halt gucken, dass man die dann auch für den richtigen Preis bekommt. Weil einen Sammleraufschlag haben die beide nicht. Das heißt, man sollte auch nicht zu viel über Spot dafür bezahlen. Bei denen hier gibt es allerdings welche mit Sammleraufschlag. Und ich glaube, beim Sovereign auch. Muss man dann halt mal gucken, welche man da jetzt direkt vor sich hat. Aber manche haben da tatsächlich auch einen guten Sammleraufschlag, weil manche davon einfach seltener sind. Ja, ist ja ganz klar. Gerade hier bei den Münzen aus dem Kaiserreich ist es natürlich so, dass auch von den verschiedenen Bundesländern, ich glaube, die hießen auch damals schon Bundesländer, verschiedene Münzen geprägt wurden. Und da natürlich manche Bundesländer wesentlich kleiner waren als jetzt zum Beispiel Preußen, ich denke mal, das ist jedem klar, wurden da auch dementsprechend wesentlich weniger Münzen geprägt. Und die sind auch dementsprechend seltener. Ja, dementsprechend kann man dann halt auch mal sehen, was man da denn so überhaupt hat, wenn man davon was hat oder wenn man was kaufen möchte. Ja, und sich wundert, dass ein Aufschlag da ist. Gut, kurzer Blick auf die Goldensilberpreise. Hier in der Stelle einmal Silber eingeblendet. Sie schaut nicht großartig schlecht aus. Ja, ein bisschen gestiegen heute. Da sind wir jetzt so wieder so um die 18,50 Euro beim Gold hier in der Stelle eingeblendet. Ganz kleines bisschen gefallen. Ich würde es mal als gleich geblieben betiteln bis jetzt. Ich glaube, es sind wir so um die 1730, 40 Euro. So was um den Dreh. Auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Gut, starten wir auch direkt mit dem Thema. Also, was ist diese Geschichte beim Gold-Nachfrage? Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt von 2021. Blende ich euch jetzt hier an dieser Stelle einfach mal ein. So, dann sehen wir uns die doch mal gerade an. Was ist das Interessante dabei an dieser Nachfrage? Wenn ihr euch die jetzt mal anseht. Da seht ihr da diesen einen großen blauen Block. Dieser große blaue Block würde man jetzt denken, ja okay, das ist die Zentralbankengeschichte, weil Zentralbanken haben ja so viel Gold und kaufen ja auch immer wieder viel Gold und so weiter und so fort. Allerdings, nein. Das da, dieser große blaue Block ist einfach nur die Schmuck-Nachfrage. Also eine industrielle Nachfrage im Prinzip, ja. Industrie wird jetzt hier nochmal separat aufgeführt mit nochmal so um die 10%. Aber das sollte man eigentlich in eins zusammenfassen, weil das ist Industrie, ja. Schmuck ist genauso Industrie wie alle möglichen anderen Industrie. Also weiß nicht genau, wo da der Unterschied ist. Aber offenbar wird darunter unterschieden. Wie auch immer, kann man ja auch machen. Auf jeden Fall insgesamt sind wir da bei 65%, knapp 65% nur industrieller Nachfrage, ja. Dann kommen natürlich noch so ein bisschen so Sachen dazu, wie die Zentralbanken mit ungefähr 11%, ich glaube 11,5% sind es exakt und dann natürlich auch das Privatinvestment mit um die 25%. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen komisch an, weil ich denke mal, viele von euch denken wahrscheinlich, so wie ich auch, ja, dass das meiste von dem Gold, was gefördert wird, normalerweise ins Investment geht. Das ist ja auch das, was immer Leute sagen, dass Gold keine industriellen Anwendungen hätte. Kann man jetzt damit ganz klar sehen, das ist totaler Schwachsinn. Aber jetzt nur mal so, ganz abgesehen davon ist es natürlich so, dass Gold trotzdem, ja, die größten Goldvorkommen, die wir jetzt so auf der Welt haben, also ich meine jetzt nicht die im Boden, sondern die über der Erde, liegen natürlich bei Zentralbanken, ja, das ist gar keine Frage. Aber jetzt haben wir hier trotzdem den Umstand, ja, wir hatten 4000 Tonnen Nachfrage hier. Die Förderung war ein bisschen drüber, ich glaube 4200 oder sowas um den Dreh. Okay, da haben wir jetzt den Umstand, dass komplette Nachfrage, was wirklich auch eine komplett abdeckende Nachfrage ist, ja, das ist ähnliche Prozent, prozentuale Staffelung, wie zum Beispiel auch beim Silber, von dem, was tatsächlich verbraucht wurde, von dem Silber, was gefördert wurde. Und da haben wir jetzt natürlich diese Geschichte, Zentralbanken haben jetzt nicht großartig was davon gekauft, letztes Jahr, ja. Und es ist ja trotzdem alles verwertet worden, ja, also für Schmuck und eben für andere industrielle Anwendungszwecke und eben fürs private Investment. Da drängt sich einem natürlich die Frage auf, wenn jetzt Zentralbanken doch wieder was kaufen wollen würden, was würden die denn denn kaufen? Weil davon irgendwie nichts, das ist ja schon alles aufgeteilt sozusagen. Also da hätte man jetzt vielleicht noch 200 Tonnen oder so, die man noch irgendwie zuteilen könnte. Aber das ist ja jetzt nicht so die Masse, ne. Weiß ich nicht. Stell ich mir so ein bisschen schwierig vor. Also nur mal, dass ihr so ein bisschen eine Vergleichzahl habt. Ich glaube, die USA haben so um die 8.000, 9.000 Tonnen Gold in ihren Zentralbanken, ja. Also ich glaube, da sind nicht die Fonds und so weiter mit einbezogen. Das würde mich wundern. Könnte sein, ja. Vielleicht sind auch die Fonds mit einbezogen. Dann wären es so 7.000, 6.000, 7.000 Tonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, die Fonds wären so 1.000 bis 1.500 oder sowas um den Dreh, die aus den USA kommen. Natürlich die insgesamt weltweiten Fonds sind, glaube ich, knapp 2.500. Aber ist egal. Relevant ist eigentlich nur jetzt diese Geschichte. Was würden denn dann Zentralbanken kaufen, wenn die was haben wollen würden, jetzt wieder vom Gold und ihre Goldvorräte irgendwie aufstocken wollen würden? Dann müsste man ja zum Beispiel, könnte man ja gar nicht auf den normalen Markt gehen, ja, weil es gibt ja nicht genug da. Ja, dann müsste man eben direkt von anderen Zentralbanken was kaufen vom Gold. Kommt dann natürlich darauf an, ob da gerade zufällig einer was verkaufen möchte. Also das ist natürlich auch noch so die Frage. Wie ist denn das? Ja, würde man dann als Zentralbank einen schlechteren Preis bekommen als den Marktpreis, weil es ja am Markt im Prinzip nichts groß gibt? Auch irgendwo fraglich. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was würde denn dann passieren, wenn eine Zentralbank jetzt zum Beispiel kein Gold bekommt? Großartig. Ja, ich meine eigentlich erst mal nichts groß. Ja, natürlich könnte die jetzt versuchen, dann von ihrer Bevölkerung Gold zu kaufen. Das machen ja auch viele. Viele sagen ja dann auch, wenn es in solche Zeiten kommt, ich glaube, das hatten wir ja in der Türkei erst vor ein paar Monaten, dass die irgendwie gemeint haben, yo, verkauft doch mal uns bitte euer Gold oder gebt es mal ab oder was weiß ich, irgendwie sowas um den Dreh. Nur mal so, by the way, eine andere Möglichkeit haben die auch nicht. Die können zwar ein Goldverbot aufsprechen, aber die funktionieren nicht. Die haben noch nie funktioniert in der Geschichte. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja, in den 1940er Jahren hat man das gerade in Deutschland auch. Da wurde im Prinzip jeder umgebracht, der sich nicht dran gehalten hat, hat sich trotzdem gefühlt niemand dran gehalten. Es macht auch keinen großartigen Unterschied, weil, wie gesagt, kann man nicht finden groß. Ja, das ist halt diese Geschichte. Goldverbot ist relativ nutzlos. Aber egal. Ja, da wollen wir jetzt gerade gar nicht drüber sprechen. Das Sinnvollste ist wirklich, von der Zentralbank dann hinzugehen und zu sagen, okay, wir würden das jetzt gerne kaufen. Wir geben euch jetzt so und so viel dafür. Wäre cool, wenn das mal ein paar Leute machen, damit wir halt was zusätzlich haben vom Gold. Da kann man ja dann auch irgendwelche Vorteile oder was weiß ich was für anbieten. Was auch immer man da machen möchte. Aber das sind halt so diese Geschichten. Großartige Mehrmöglichkeit hat man nicht, weil, kommen wir jetzt wieder darauf zurück, man das Gold halt nicht einfach so herzaubern kann. Und man kriegt es auch nicht durch ein Verbot. Es funktioniert nicht großartig gut. Das ist halt diese Geschichte. Wir haben natürlich jetzt zum Beispiel, Deutschland hat ja viele Goldvorräte. Ist ja gar keine Frage. Aber wir müssen natürlich auch gucken, früher war ja auch Gold die Hauptwährung in Deutschland. Das ist Deutschland ansatzweise halt im Kaiserreich. Und da blieb natürlich ein ganzer Haufen von übrig. Gar keine Frage. Und davon ist natürlich auch immer noch vermutlich viel übrig. Kann natürlich keiner von uns groß nachprüfen, was davon jetzt wirklich noch hier ist oder nicht hier oder was auch immer. Aber es ist nichtsdestotrotz so der Fall. Wir haben aktuell eine Förderung von knapp über 4000 Tonnen. Die geht eigentlich komplett durch, durch die Industrie. Und dann halt noch so ein bisschen privates Investmentgeschichten. Da bleibt nicht viel Platz für Zentralbanken. Wie gesagt, kann eine negative Geschichte sein. Kann aber auch theoretisch für einen Preis zum Beispiel eine ziemlich gute Geschichte sein. Sollten sich jetzt irgendwelche Zentralbanken vorstellen, die würden jetzt doch ganz gerne mal wieder mehr Gold haben. Müsste man abwarten. Bestimmt denken sich jetzt ein paar von euch, ja, okay, aber das hört sich doch eigentlich gar nicht so schlimm an. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja, das Problem ist, bei einem Metall, dessen Preis, wie jetzt gerade aktuell ist beim Gold, offenbar mehr und mehr der Fall wird, nur irgendwie industriell bestimmt wird, dass eben da vermehrt, wie wir es beim Silber gesehen haben, solche lustigen Sachen wie extreme Manipulation und eben auch extreme Abhängigkeit von der Wirtschaft im Generellen zu tragen kommen, zum Tragen kommen. Und das kann natürlich problematisch sein. So, warum denke ich jetzt, dass das irrelevant ist? Ganz einfache Geschichte ist genauso wie beim Silber. In Krisenzeiten fällt Gold und Silber normalerweise eher nicht. Wirtschaftliche Krisen kommt darauf an, wie man es definiert. Ja, also natürlich ist es so, dass jetzt erstmal, wie wir es zum Beispiel in 2020 gesehen haben, wenn die Wirtschaft erstmal einen ordentlichen Schlag bekommt, ja, dass halt Silber dann auch mal fällt, ja, weil es einfach am Markt dann totales Chaos ist und ihr wisst, dass das meiste, also fast alles an Silber in nicht physischer Form am Markt gehandelt wird, wo Silber gehandelt wird, was eigentlich nicht existiert. So, und da ist natürlich dann diese Geschichte, das erholt sich normalerweise sehr, sehr schnell wieder, wie wir es auch in 2020 gesehen haben und hatten dann von diesem Tiefpunkt, ja, ausgesehen, dann wieder 100% Steigerung, über 100% Steigerung. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, das passiert normalerweise, ja, das haben wir dann auch zum Beispiel nach 2008 gesehen und, ja gut, im 2001 ist eigentlich gar nichts groß mit dem Silberpreis passiert, aber ansonsten auch bei Krisen generell, ja. Great Depression, 1930er Jahre, da hat sich die Kaufkraft von Silber nicht signifikant verändert, also eigentlich fast gar nicht. Beim Gold schon, ja, die blieb eine Zeit lang relativ stabil niedrig, sagen wir es jetzt mal so, ist dann aber auch wieder relativ gut gestiegen im Laufe der 1930er Jahre. Was sagt uns das jetzt? Im Prinzip eine einfache Geschichte. Gold kann unter Umständen durch diesen Umstand kurz mal, wenn es mit dem Markt irgendwie schnell runtergeht, mal auch mitfallen, dürfte sich dann aber, so wie es immer war, recht schnell wieder erholen, einfach aus dem Grund, weil Gold, so wie Silber eben auch Krisenwährung ist, ja. Weiß nicht genau, wie man darauf kommt, dass jetzt Silber in Krisenzeiten im Preis fallen würde, hat mir jetzt neulich auch wieder einer geschrieben, dass Silber jetzt fallen würde, weil es eine Krise ist, macht für mich nicht besonders viel Sinn, muss ich sagen. Kann natürlich sein, ja, dass Silber jetzt dadurch, dass wir mehr so eine Laschi-Schleichi-Krise haben, irgendwie jetzt langsam, weil es mit der Wirtschaft nicht so super geht, aber weil Leute jetzt auch nicht unbedingt in Krisenwährungen flüchten müssen, halt so ein bisschen runtertröpfelt, möglich, ja, aber das sind auch solche Geschichten, interessiert das jetzt groß ein, also mich persönlich nicht, ehrlich gesagt, weil normalerweise solche Larifari-Krisen auch nicht unbedingt schlimm sind und wenn es dann schlimm würde, hat man ja wieder die Krisenfunktion vom Silber und dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt so eine sinnvolle Überlegung ist, aber kann man ja mal drüber nachdenken, wie auch immer, ich denke mal, dass die industrielle Nutzung von Gold jetzt nicht so super relevant für die Preisentwicklung in der Zukunft ist. Allerdings ist es natürlich so, dass es irgendwo interessant ist, sich darüber mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich damit jetzt, warum ist eigentlich die Nachfrage jetzt immer noch so hoch, obwohl Zentralbanken eigentlich nichts mehr groß nachfragen. Interessante Geschichte, würde ich sagen. Ja, könnt ihr mir gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, freut mich wie immer sehr, da von euch zu hören und natürlich freut es mich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann die da auch reinschreiben könnt, weil dann kann ich nämlich auch beantworten und ja, gar kein Problem. Super gerne natürlich auch Mitglied des Kanals werden, wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, als ihr es sowieso schon tut, super gerne auch das Video bewerten und auch sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.